Herr Inspektor, vor Ihnen stehen zwei leichtgläubige Einfaltspinsel. Und wir sind auf seine Lebensgeschichte im Wer ist wer reingefallen. Ja, das ist ein Trick. Er sucht sich immer jemand aus Wer ist wer aus. Äh, schön, schön. Wo ist jetzt meine Schnupftabaxhose? Er hat sie denn ideal? Begreifen Sie denn nicht? Und wir haben sie ihm gegeben. Was? Ja, ja, wir hielten ihn doch für Charles Carter. Was Sie wollen damit sagen? Einen Augenblick bitte, Sir Edward. Es gibt eine Möglichkeit. Sie beide kommen am besten mit. Keine Antwort. Vielleicht ist er nicht zu Hause. Oder er hat uns kommen sehen und stellt sich taub. Aber da ist doch Feuer im Kamin. Hier von der Treppe aus kann man es durchs Schlüssel noch flackern sehen. Muss doch jemand zu Hause sein. Dale! Danny Dale! Hallo Dale! Gott, es ist ja auch noch eine Brille.